Der Kämpfer in der blauen Ecke, Dodo 1 mit 91 Kilogramm, fünf Kämpfer hat er bisher bestritten, war Junioren-Weltmeister im Kingboxen und konnte zuletzt einen Teamkameraden von seinem heutigen Gegner besiegen. Vom Teambeutler aus Rheuleburg, Max Schleger! Sein Gegner in der rote Ecke wog ein mit 92,8 Kilogramm, hat bisher einen Kampf bestritten und diesen beim letzten Imperium FC-Event durch einen Bögelgriff in der ersten Runde gewonnen und zwar gegen einen Teamkollegen von seinem Gegner Max Schleger, vom Imperium Fight Team aus Lampzig, Timo Kohl! Timo Kohl! Timo Kohl! Timo Kohl! Timo Kohl! N rude Kohl! N rude Kohl! Dieser Kahn ist eingesetzt auf 93 Kilogramm und wird präsentiert von der Firma Industriemontage und Baudienstleistungen Thomas Wandre. Hey Luka, hey Luka, hey Luka, hey Luka! Luka, 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 L Die go! Die go! Die go! Die go! Auf den Zieg und Leider. Auf den Zieg und Leider. Auf den Zieg und Leider. Wir sind die Jägerin. Der Jägerin ist großartig. Sehr schön! Der Jägerin ist mein Mann. Der Jägerin ist mein Mann. Der Jägerin ist mein Mann. Ich habe mich verdient. Der Jägerin ist mein Mann. Der Jägerin ist mein Mann. CHIELưng boom, three wall, three wall, three wall, three wall Unig!!!! Erlungo, 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 erlungo! Timo, gleich oben zurück! Okay? Timo, Herr Trenz! Wir, Trenz! Geh hoch! Wir sind hier bei Welle, wir sind hier bei Welle, wir sind hier bei Mann und die ікarren Fin! Wir werden die Gleichen und die Gilttemperический! Genau wir sind so schön zu gehen. Gilttemrige, wir sind hier bei Wellen! Applaus 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 Sieger des Kampfes durch eine Real-Daked Show in der ersten Runde aus Leipzig Divo Stichwort Stichwort Viva! 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 Viva!